hallo und herzlich willkommen zu dem weiteren stream von tales of monkey island ich habe übrigens gesehen also für die leute die das auf youtube sehen heute kam die folge die ich das letzte mal gestreamt habe das heißt jetzt geht sozusagen also fast live irgendwie war youtube allerdings der meinung die hd folge nicht als hd folge zu machen ich weiß nicht ob der jetzt noch umrendert ob das wieder ein problem mit irgendwas ist es ist mir auch mittlerweile wurscht wenn die folge so wie ich sie hier aufnehme auch nicht als youtube hd erkannt wird ist es mir eigentlich ist auch scheißegal dann mache ich mir relativ einfach dann machen wir kapitel 4 und 5 noch mal so und warum dann ich sag mal escape von monkey island so als hat ich habe verstehe es nicht muss ich auch nicht so ich habe tipps bekommen da komme ich gleich noch zu ich habe auch den hinweis bekommen das habe ich gleich schon den leuten vor der vor dem start der aufnahme schon erzählt kapitel 4 soll meine favorite folge sein also darauf soll ich mich freuen das heißt prinzip wir sind jetzt bei halbzeit von kapitel 3 das heißt wenn wir glück haben vielleicht kriegen wir das sogar dem streamer durch ich würde drei kreuze machen ich finde kapitel 3 bis jetzt völlige scheiße und kapitel 5 wer von den rätseln nicht mein ding sagte derjenige der sich wirklich alle möglichen adventures bei mir angetan hat also ganz hart gesonnen und er sagte ja aber dafür so würde ich die story gut finden so packen wir's bun sag ich mal auf geht's es geht weiter ich finde aber geil wenn ich 8.11. sehe es war natürlich der 11.8. ich finde das so großartig so und nein in der zweiten season hat es nie gegeben von tales of monkey island so was wollte ich jetzt machen ich wollte glaube ich irgendwas mit dem ding hier machen das zu dem vogel zurück bringen ach ja da sie ist sie wieder meine unglaublich geniale steuerung ich werde sie so vermissen wie ein loch im kopf eine röschnecke wäre beschafft wir werden hier in nullkommanichts weg sein dies ja richtig begeistert so kassi ach nee das war's schon so hat ihn was ja besatzungsmitglied einerseits gibt es automatisch hier hast du deine hörschnecke hey ich habe die hörschnecke das glaube ich erst wenn ich sie sehe da ist er versucht zweifellos sich vor dem schnorren von saugwürmern zu drücken nun ich werde es dorthin zurückbringen wo es hingehört und dann heißt es paarungsplatz oder nichts wie will er es nicht oder was i hate this seeku gaumenzäpfchen in manchen kulturen ist das eine delikatesse so das heißt also sehr gut kann ich halt da ist mein schiff die wahrscheinlich zum schiff hoch habe ich schon erwähnt dass das eine kack episode ist liebe macher von telltale ich meine ihr habt nichts mehr davon aber da ist der gehörgang genau ok das ist wahrscheinlich der gag ach so macht er automatisch schon das ist ja fast service obwohl es aussieht als wäre alles voller süßigkeiten glaube ich dass die hörschnecke der schlüssel für den richtungssinn dieser seekuh ist das heißt ich tausche die jetzt aus oder was ich muss das in der österreichischen röhre der seekuh austauschen wo muss ich hin ich habe genügend fleischwunden gesehen und diese hier ist weltklasse eine hörschnecke oder ein innenohr ich war zwar nur auf einer staatlichen schule aber ich glaube die gibt es nur paarweise grüße mal eben den torti und dann ist das wahrscheinlich der gag hier bitteschön kumpel ok gut ich dachte schon ich flippe er wieder aus und das nach wow ich glaube wir sind wieder auf kurs so ich glaube ich habe dein seekuh problem gelöst was sagt man dazu ich spürte die rotation unserer kreatur und sah gleich auf den kompass demnach sind wir wieder auf kurs heiliger paarungsplatz der seekühe wir kommen wie haben sie es geschafft ihren orientierungssinn wieder herzustellen lustig dass du das fragst also ich traf deine alte besatzung und meine besatzung? ja und sie hatten die ganze zeit die hörschnecke ich tat einfach so als wollte ich mich ihrem bescheuerten verband anschließen und meine besatzung ja ja deine besatzung die ganze zeit quick lebendig wer hätte das gedacht? du hast uns hintergangen nein habe ich nicht ich würde doch niemals wir haben dir unser vertrauen geschenkt unfassbar man passt auf jungs ich kann euch das erklären ist nicht mehr nötig ah bug eye die unwahrscheinliche stimme der vernunft das vertrauen der bruderschaft zu enttäuschen kann nur eine konsequenz den ausschnot 100 strafpunkte ein peinliches gesichtstattoo verdopplung der strafe 100 strafpunkte kommen 100 strafpunkte? den Tod tötet ihn hello morgen schatz die zeit des tötens ist gekommen entschuldige wie bitte? ein trio blutrünstiger meuterer wird aus diesem loch in drei zwei was habe ich vorhin dazu gesagt mich um hilfe zu bitten? eins schneller Lakaien töten töten oh tötet den Betrüger okay das war immerhin lustig aber und ich war gerade dabei dir eine Scherpe zu nähen oh das ist wieder ganz lang drehe dich um und kämpfe du Feigling äh wohnen wir mal wieder ich könnte eine helfende Hand gebrauchen er will sich von einem Mädchen helfen lassen bist du mir immer noch wegen des kleinen Kratzers böse den ich dir auf der Narwhal verpasst habe? erschlag ihn, erschlag ihn es wird langsam eng morgen ich lass mir doch nicht vorschreiben wann ich zu kämpfen habe ich bin doch nicht so ein Hund aus seinem Hinterhof genau man zeigt der Lady gefälligst ein bisschen Respekt, kapiert? ich werde die Mäuterer haben dich vorhin Weichei genannt nein, das haben wir nicht er sagte du wärst eine welkende Blume das hört sich in der Tat nach Guybrush Sweetfoot an nein würde er nie tun du bist mein Hierarchive Mord, ein wunderschön du kommst gerade fast zur lustigsten Szene aus Kapitel 3 schnapp ihn euch, meine Glücksfüß klingt wärmer ein Snack man sollte niemals mit leerem Magen in einen Kampf gehen, wenn man dem Gegner zahlenmäßig unterlegen ist nein lass ihn leiden es ist doch schön wie sie wirkt, als wäre sie gerade zwölf, ne? schnappt ihn euch es hilft dem Charakter nicht unbedingt natürlich, du brauchst meine Glücksfüßgelenkwärmer mit kalten Gelenken kann man keinen Mann aufspießen, sagte mein Vater immer nein, meinen Gelenken geht es gut was ich brauche ist ich werde Moose zusehen, wie er ihn zerquetscht ich glaube wir haben noch nie Papa Guybrush Freakfoot kennengelernt dreh dich um und kämpf! hä? was denn? oh du erhältst das Privileg, eine Waffe zu tragen zurück ich danke dir Meuterer der Besatzung von Coronado de Cava für das Protokoll würde ich gerne festhalten, dass ihr vier gerade im Kampf von einer Frau übermannt wurdet also eigentlich überfraut was, wie ich vermute, nicht so angenehm war, wie es klingt hau ab und lass deinen Fock baumeln, du Verräter gut gemacht, Morgan danke, Kapitän ich meine, danke Schatz nun, Coronado, wie kommen wir von hier weg? ich bin Ihnen 14 Schritte voraus, Micho hier, das müsste genügen das ist eine einzigartige Mischung aus panamaischem Pflaumensaft, ostindischen Kaffeebohnen und Buti-Frühstücksflocken ein paar Tropfen davon in den Verdauungstrakt des Ungeheuers und schon haben wir unsere Fahrkarte nach oben kapiert ein paar Tropfen in die größte Gallenansammlung, die ich nur finden kann ok, bis jetzt ist Kazzin das ist sicherlich nicht die beste Idee so sind halt den Paarungsplatz der Riesen-Eko, alles klar wie geht, wie geht es hätte schlimmer sein können ernsthaft nur eine schnelle Reise durchs Atemloch Seekühe haben doch gar keine Atemlöcher was? dann oh, ja wie geht, wie geht hey, was da unten anbelangt ich weiß, ja, ich war ein ziemlicher Volltrottel nein na gut, ja aber ich wollte anmerken, dass dein Stil gar nicht mal so schlecht ist ich bin eben ein stilvoller, mächtiger Pirat wie auf immer ich arbeite sonst immer allein aber wir beide haben ein ganz gutes Team abgegeben hey, Turteltäubchen, hört mit dem Quasen auf mein Schatz ist nur noch wenige Fahrten von mir entfernt oh, und da ist ja auch mein Schiff die Haula Monkey hätte nie gedacht, dass ich es je wieder sehe ich habe über den Paarungsplatz und der Höhle von Lae Spongia Grande Anker geworfen wenn jetzt meine treue Besatzung auch nur ein Goldstück wert wäre der Star meiner Besatzung besaß nun auch noch die Frechheit, einfach so zu sterben wo liegt das Problem? Santino war nicht nur ein erstklassiger Schwertkämpfer, Stierkämpfer und Patissier er war auch, und das ist am allerwichtigsten, ein konkurrenzlos guter Flossenschwimmer und Taucher es gibt keinen anderen, der zum Paarungsplatz hinabschwimmen könnte Guybrush kann seinen Atem für 10 Minuten anhalten ist das wahr? vor allen Dingen, morgen ist glaube ich richtig es ist super ist super synchron, ne? also komm, ja, wir können das ja, diese Fähigkeit habe ich mir an der Uni erworben äh, dann, worauf wartest du denn noch, Backo? der ist schon warm und mach schnell au, alte Musik wahrscheinlich wenn man auf den Soundtrack achten würde ist der gar nicht so Käse so, das erinnert mich ja schon fast an gute Spiele das ganze Zeug in meinen Taschen zieht mich wirklich runter so erstmal wird gespeichert das ist ein toller Plan ich sollte besser nicht mit leeren Händen zurückkehren der Kaba meint es ernst also, ihr meint, kannst du unter, also der kann unter Wasser atmen ein gut war ja jetzt auch bei Meerjungfrauen, keine Ahnung hey, ich glaube, das ist die Seekuh, auf der wir reingeritten sind er sieht okay aus in Anbetracht dessen hallo äh, Seekuh in Ordnung gutes Gespräch okay geht doch weiter Guybrush so, was haben wir denn hier wow sieh dir die ominösen Überreste der toten riesigen Meereskreaturen an sonderbar Leviathan-Gebiet jegliche Aktivität im Meer geschieht auf eigene Gefahr anfassen und füttern verboten die altehrwürdige Gesellschaft zur Erhaltung der Voodoo-Artefakte heißt sie willkommen bei La Esbonja Grande bitte bleiben Sie auf dem Gehweg so, geht's da weiter ich nicht, ne endlich, die Heimat von La Esbonja Grande oh oh ich hab trotzdem nichts mitgenommen schrecklich Zähne knirschen heftig riese ah, ich vergaß zu erwähnen der Wächter von La Esbonja was war's denn? ein gigantischer Tintenfisch? man sagt ihnen nach, dass sie Kaperschiffe angreifen und komplett verschlucken nein ein Megalodon? eine Riesenwahl? schlimmer noch was denn? ein riesiges Seku Weibchen das Monster muss gesämt werden, Shipwissen womit? mit einer zusammengerollten Zeitung? das Weibchen zu sämen ist keine einfache Aufgabe ihre launischen Gemüter sind die größten aller Rätsel komplex verwirrend schön reden wir noch über sich? ich habe meine Besatzung so ausgestattet, dass sie sich mit den Kreaturen verständigen können leider war Santino der einzige, der gelernt hat, ihre Lieder zu verstehen etwa so wie alles auf eine Karte zu setzen, was? oh, er hätte einen guten Entdecker abgegeben also ist das jetzt das neueste Rätsel oder was? du hast nicht einen einzigen lächerlichen Plan, wie man den Leviathan beseitigt? nein, nichts ich habe einmal drei Monate damit verbracht, einen riesen Seekufer-Ära zu bauen, der von einer 15-köpfigen Besatzung gesteuert wurde, die alle bestens über das tierische Paarungsverhalten informiert waren doch leider gingen sie bereits in der Testphase verloren sie wurden wie Erbsen zerdrückt ja Santino wurde nicht von riesen Seekühen großgezogen, oder? wie konnte er sie nur verstehen? er lernte es auf flotsem Island, glaube ich, von einem Wissenschaftler selbst wenn wir die Winde zu unseren Gunsten beeinflussen könnten ich werde diesen Ankerplatz nicht verlassen ich bin schon zu weit gekommen, um das Risiko einzugehen den Fundort meiner super saugfähigen Beute noch zu verlieren klar, Santino konnte verstehen, was eine Seeku sagt aber wie konnte er die seltsamen Geräusche erzeugen, um mit ihnen zu kommunizieren? mit der Zunge der Seeku natürlich was soll das eigentlich, du und diese Teile für Seekühe? das hier ist ein Gerät, das ich nach Abschluss dieses Abenteuers an Touristen wie sie vermarkten will damit kann man ihre Geräusche nachmachen aha und ich muss nichts widerwärtiges in den Mund nehmen? ich hatte eines meiner Besatzungsmitglieder vor langer Zeit gebeten, darauf aufzupassen lass mich raten Santino? sicher nicht seine Fähigkeiten durften doch nicht mit einer derart einfache Mission vergeudet werden es muss einer der anderen gewesen sein aber selbst wenn man mich in Scheibchen schneiden würde ich könnte nicht mehr sagen, wer es genau war also weiß einer der Meuterer wo die Zunge der Seeku ist? das denke ich gut, dann weiß ich was unser Plan ist ok, hab's verstanden lernen sie mit der Seeku zu kommunizieren und Leis Bonja Grande wird endlich in unserer Reichweite sein ich freue mich da steht, besiege den heiligen Paarungsplatz der Riesen-Seeku Heimat von Leis Bonja Grande 200 Faden keine Vermüllung schau dir diesen Fischversager an komm her du Ben Winslow, wie geht es ihnen? auf dem Weg Verbesserung, Sir ich wollte sie nur wissen lassen, dass wir aus der Seeku draußen sind wann immer sie sich uns an Deck anschließen möchten wenn sie noch einmal versuchen mir zu sagen, was ich tun soll dann werden sie bis Sonntag Kiel geholt gut tut mir leid ein toller Plan so wir schauen jetzt mal wieder mit allen da ja ne Aber vielleicht könntest du mir einen weiblichen Eindruck in dieses Seekuh-Problem geben. Meinst du das Monster? Genau. Dieses Ding ist einfach kolossal. Zähne so groß wie ein Schiffsmast. Sie hat jedes Seekuh-Männchen, das ihr eine Flosse zu nahe kam, in Stücke gerissen. Sie mag kalt und grausam erscheinen, aber wahrscheinlich ist sie nur, ich weiß nicht, einsam vielleicht? Sollte sie nicht einfach damit aufhören, jeden zu töten, der sich ihrer Höhle nähert? Was hast du getan, als sie dir ihre Zähne zeigt? Hallo? Ich ranze natürlich weg. Genau. Weißt du, was ich glaube? Nein, was? Sie braucht ein Seekuh-Männchen, das vor ihr sein Mann steht und sich nicht vor ihr fürchtet. Sie tötet sie, weil das das Einzige ist, was sie kennt. Und wenn jemand diese Todesfurcht überwinden könnte und sich lang genug vor sie hinstellt und mir etwas Neues beibringt, wäre es denkbar, dass sie ihn gewähren lässt. Und dann könnten wir uns den Schwamm schnappen? Ja, und dann könnten wir uns den Schwamm schnappen. Und dann können wir Elaine heilen. Perfekt. Ein Seekuh-Männchen dazu bringen, seinen Mann zu stehen. Danke, Mo. Du bist einfach die Beste. Äh, ja klar. Mach dir deshalb keine Sorgen. Okay. Hey, Mo. Wir haben jetzt ein Dreiecks- oder gut, mit Lechak ein Viereck-Pfeilnis. Okay. Why not? Diese Meuterer wissen etwas. Ich hab Mittel, sie zum Reden zu bringen. Das glaub ich dir auf Anhieb. Aber weißt du was? Ich glaub, ich mach das schon. Ach ja? Ja. Kann ich mir kurz dein Schwert borgen? Aber nur kurz. Danke. Hey, Mo. Weißt du etwas über den Gesang der Seekühe? Nee, ich kann mich nur wenig mit Affen verständigen. Du arbeitest doch für The Cinch. Wie kann ich wieder nach Flotsam kommen? Er muss mir beibringen, wie man Seekühe versteht. Wenn du dich noch einmal nach Flotsam Island wagst, wirst du möglicherweise seziert. Das ist deutlich. Hast du dir schon mal überlegt, eine Karriere bei der Handelskammer zu starten? Dorthin zu segeln scheidet also aus? Verlieren sie ihr Herz an Flotsam Island. Und ihre Milz gleich dazu. Du musst irgendwie nach Flotsam kommen, ohne wirklich auf Flotsam zu sein. Hey, das hört sich aber stark nach einem Rätsel an. Du scheinst an meiner Masche Gefallen zu finden. Danke. Okay, also haben wir wieder so ein tolles Rätsel. So, meine Damen und Herren. Gehe ich euch mal allen auf den Sack? Ich muss jetzt alles wissen. Von mir erfährst du nichts. Zunge der Seekühe. Wer hatte sie? Die wirst du niemals finden, du Verräter. Gemütlich. Du bist ein Betrüger. Aber glaubst du, morgen steht noch auf mich? Oh, ja, bestimmt. Du hast noch all deine Gliedmaßen? Das heißt, dass du ihr was bedeutest. Gut. Ich dachte immer, du wirst der Hasenfuß der Truppe. Ich bin auf trügerische Weise prinzipientreu. Ganz im Gegensatz zu dir. Arrrr. Gott, du Scheiße. Du, du kannst mich nicht einschüchtern. Du, du kannst mich nicht einschüchtern. Guck mal, haben wahrscheinlich viele Männer auch irgendwelche Infos, aber boah. Ja, jetzt reicht's. Wir sagen, wir haben die Mike zum Schluss. In Ordnung, du. Zunge der Seekühe. Wer hatte sie? Das sag ich dir nicht, Mann. Ich rede niemals. Santino ist da ganz meiner Meinung. Ja, ihr verrotten wir, bevor wir dir was sagen. Solidarität, Brüder. Santino wird knacken wie ein Zweig. Zwei sind ungefähr dreimal stärker als einer. Du wirst keinen von uns brechen. Du wirst mich töten müssen. Und ich bin bereits tot. Du kannst uns nicht das Wasser reichen. Harte Jungs, hä? Mal sehen, was passiert, wenn ich die Schrauben etwas anziehe. Foltere mich so viel du willst. Ich werde niemals singen. Ja! Verletze ihn so viel du willst. Ja! 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 Tut mir leid, dass ich dich von deinem Sekret wegzerren muss. Unglaublich, Kumpel. Ich dachte, du und ich würden eine unglaublich gute Zeit haben. Nur du, ich, Santino, Jumbo-Jumbo, am Feiern in der Cantina. Wie wär's, wenn wir für einen Tempowechsel zum Schleimkanal gehen? Ja, ich kann nicht glauben, dass ich den Schleimkanal verpassen werde. Mit Santino an meiner Seite kannst du mich erschrecken. Das Feuer meines Zorns werden dich wärmen, Bruder. Ja, du auch. Du kannst nicht ewig hart bleiben. Dann schau dir gut zu. Pass auf ihn auf! So, dann nehmen wir den Schiff der Bande. Ich muss jetzt alles wissen. Du bringst mich nicht zum Reden. Ich beziehe meine Kraft von der Bruderschaft. Wer hatte die Zunge der Seekuh, Mistkerl? Ich hatte es nicht. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich war es nicht. Er sagt die Wahrheit. Was denn? Ich musste ja nicht mal was tun. Manche sind eben wie zerbrechliche Fabergé-Eier. Schau ihn dir an. Er ist ein Brack. Tu mir bitte nicht weh. Na schön. Okay, einen haben wir schon mal raus. Was weißt du sonst noch? Nichts dergleichen. Lass mich bitte gehen. Ich will nach Hause. Siehst du, was du davon hast, ein Spielpferd aber zu sein? Das werden wir sehen. Wir sprechen uns später. Dann bist du dran. Du, Murray! So irgendwie bringt uns ein Anhalter. Sein Name ist Santino. Ah, Santino. Ich weiß, du weißt nix. Mag sein, aber ich werde nicht reden. Und dafür wird der Wille dieser Männer stärker sein. Der Schädel hat recht. Diese Information wird ihren Preis haben. Die Bruderschaft ist jetzt nicht mehr so cool, oder? Dann werden wir deine Marionettenregierung stürzen. Wow, Murray. Du bist politisch engagiert. Ich habe diese ganzen Wörter gerade gelernt. Ich werfe dich über Bord. Ja? Versuche es nur mit deinen Wurstfingern. Oh. Wir sprechen uns später. Moment. mit dir unter Drücker. Und mit dir unter Drücker. Tut mir leid, dass es so weit kommen musste. Der Ort der Zunge der Seku. Wo ist er? Oder einer von euch wird nie wieder einen Modisten brauchen. Äh, einen Mutisten. Einen Hutmacher. Ich habe die Absicht, einen der Herren zu köpfen. Dazu fehlt dir der Mumm. Ach, wirklich? Mit deiner scharfen, blanken Stange machst du mir keine Angst, mickriger, sterblicher. Ich bin Santino, der unbestreitbare, dämonische Schädel. Und ich werde... Er macht es tatsächlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Mann. Was? Was ist passiert? Wir können nicht mehr sehen. Er hat das getan. Er ist verrückt als ein Sack voller Alem, Mann. Was hat er getan? Santino ist tot. Ah! Tu niemandem mehr etwas. Ich werde leben. Los. Ich hatte sie nicht. Das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Verzeih, dass ich deinem von Galle verseuchten Gedächtnis wenig Vertrauen schenke. Ich hatte sie nicht, Bruder. Er sagt die Wahrheit. Oder zumindest glaubt er das. Also gut. Wer ist der Nächste? Okay. Super. Haben wir hier noch irgendwas, was wir hier haben? Kann ich mir deine Akten anschauen? Als vertraueswürdiges Crewmitglied gibt es nichts, das ich nicht mit ihnen teilen würde. Wirklich? Nur so. Aha. Personalakten oder was? Ach so, muss ich selber lesen. Profil der Besatzung. Name. Guybrush Freepwood. Kompetenz. Marketing und Verkauf edler Lederkleidung. Vorliebe. Elaine. Notiz des Käpt'n's. Wer? Größte Angst. Fruchtcocktail und Schweden Sirup. Unterwäsche. Hünderwuchsen. Notiz des Käpt'n's. Ein Auge auf ihn werfen. Name Nugi. Direktor in der Disziplin Schwester Agnes. Okay. Kompetenz. Schlagzeug. Vorliebe. Leder. Größte Angst. Schwester Agnes. Portifoto angehängt. Unterwäsche. Slip. Notiz des Kapitäns. Nicht sehr nützlich. Name Santino. Santino. AK. Senor Santastico. The Sandman. Tino. T-Bird. Sir Santino. The Duke of Triumph. Kompetenz. Schwertkampf. Stierkampf. Konditor. Sporttauchen. Heiratsvermittler. Schatzsuche. Die Sprache der Riesenseekühe. Kreuzstich. Vorliebe. Santiago sein. Größte Angst. Äußerst angstfrei. Unterwäsche. Oh Naturel. Notiz des Käpt'ns. Was für ein Kerl. Geiler Typ. Name M. Musalski. Kompetenz. Freizeit. Vorliebe. 1A-Talent. Größte Angst. Ärger. Unterwäsche. Alles ist gut. Notiz des Kapitäns. Fragwürdige Arbeitseinstellung. Ungesündiger Geruch. Name Bug-Eye. Kompetenz. Faustkämpfe. Vorliebe. Das Blut von Tyrannen. Größte Angst. Das Leben nicht leben. Unterwäsche. Boxer-Shorts. Notiz des Kapitäns. Etwas mürrisch. Ja. Okay. Okay. Die Voodoo-Lady. Ein bisschen jünger. Ein bisschen dünn. Nur halt ein bisschen jünger. Coronado de Cava. Ein bisschen jünger. Ein bisschen normal. Das habe ich noch nie zuvor gemerkt. Ich weiß nicht, was es bewirkt. Ich habe aber kein Bild von mir. Ich kann es nicht erwarten, Leis Bonja Grande zu bekommen. Was? Warum interessieren Sie sich für Leis Bonja? Ich möchte gute Zensuren haben, wenn die Beurteilung der Besatzungsmitglieder ansteht. Ah, na dann. Also, was machst du gerade? Ich arbeite an Plan B. Oh, gute Idee. Morgen glaubt, der Leviathan braucht nur ein Männchen, das sich nicht unterkriegen lässt. Wohl an, Cyrano. Lernen Sie, Ihren Gesang zu verstehen und finden Sie die Zunge der Seku. Gut, dann muss ich wohl nur einen passenden Verehrer finden. Du hast gesagt, dass es auf Flotzum einen Wissenschaftler gibt, der den Seku-Gesang versteht? Ja, Santino lernte ihn von ihm. Allerdings wünsche ich viel Glück bei der Reise nach Flotzum. Ich werde diesen Ort nicht mehr verlassen, bis Leis Bonja Grande in meinen Händen ist. Ja, ganz verstanden, glaube ich. Wie war das nochmal mit dem Seku-Tongus Maximus? Mit diesem Gerät können Sie Ihre Lieder sinken. Wie ich sagte, ich weiß nicht mehr, welches Besatzungsmitglied ich bat, es zu beschützen. Okay. In Ordnung, das reicht. Wie es Ihnen beliebt. Wohl muss. Wir sind genau auf La Esbonja Grande. Der Cava würde uns nie Segel setzen lassen. Na komm, geh runter. Wir sind genau auf La Esbonja Grande. Wir können aber auch nicht ins Meer, oder? Hey, Mo. Weißt du noch, als ich dein Bild auf den Boden fallen ließ? Meinst du mit Boden von Galle bedeckte Seekuhinnereien? Ja, das war nicht das Netteste, was ich je getan habe. Das ist okay. Ich hoffe nur, es wurde noch nicht verdaut. Danke. Das ist wahrscheinlich das Bild, was ich jetzt brauche, wahrscheinlich, ne? Ah! So kann ich wieder ins Meer. Alles klar. Okay. Okay. Alles klar. Die Truhe ist ja bestimmt nicht ohne Grund da. Hm, was haben wir denn da? 6000 Dublonen, die mit Edelsteinen besetzte Krone der Königin Archipelago. Oh! Und ein goldenes, schlüsselartiges Ding. Volltreffer! Was war's hier, oder was? Es ist leer! Ja. Gibt jetzt wahrscheinlich nichts Neues, oder was? Wie bitte, Seekuh? Was sagst du dazu, diese Höhle zu betreten, die mit den Kadavern deiner Artgenossen ringsherum... War das ein Ja? In Ordnung. Ich werde lernen, dich zu verstehen und deine Sprache zu sprechen. Und dann versuchen wir es noch einmal. Okay. Notiz für mich? Ehe niemals am heiligen Seekuh-Paarungsplatz angeln. So, da ist aber sonst gar nichts, ne? So, immerhin haben wir die Tugel schon. Jetzt frag ich mich eigentlich, wo man das scheiß Bild herkriegt. Du hast nicht zufällig das Bild. Wie? Du hast nicht zufällig das Bild. 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 Ich muss jetzt alles wissen. Ich muss jetzt alles wissen. Von mir erfährst du nichts. Na, jetzt reicht's. Wenn es eines gibt, das mir die Demokratie beigebracht hat, dann, dass man an jemandem ein Exempel statuieren muss, um an Ergebnisse heranzukommen. Gefühlskeit, Mann, Gefühlskeit. Wie auch immer, bis später. Das erzählt Ed. Nein, ich will den anderen. Wie auch immer, bis später. Wir sprechen uns später. Tut mir leid um deinen Freund. Uncool, Bruder. Das war total uncool. Nö. Erzähl mir noch mehr. Ich hab dir schon alles gesagt, was ich weiß, Bruder. Ich kann nicht fassen, dass du ihn getötet hast. Okay. Wie auch immer, bis später. Dieser Lachs springt aber viel durch die Gegend. Oh, meine Hakenhand. Manchmal tue ich so, als wäre sie nur eine wirklich flanke Hand. Morgans Schwert. Die Klinge des Dragota. Er hat mehr Menschen getötet als schlechtes Süßland. Wie gut, dass mir Elendien Ehebeben gegeben hat. Die ist so verpockt, dass sie ihn sofort gegen einen Kruppdrock eingetauscht hätte. Wie gut, dass du das nicht machst. Die Krone der Königin Archipelago. Bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, dass die Juwelen aus Plastik sind. Ein Seepferdchenkopf. Das hast du ja bekanntermaßen schon getan. Der Mariana-Schraubenschlüssel wird garantiert jede Schraube in jeder Situation. Dieser Lachs springt aber viel durch die Gegend. Ich muss nur mein Gehirn dorthin zurückbringen, damit ich es mit der Seeku-Sprache von The Cinch füllen kann. Haben wir noch irgendwas? Kein Bild drin, ja? Bestimmt uns mal, aber es bringt wahrscheinlich nicht viel. Jetzt zeigt der Pfeil in die andere Richtung. Das sollte interessant werden. Oder voller Befahre. Er sieht so friedlich aus. So etwas. Ich hatte gerade den ehrlichsten Tag drauf, den man sich vorstellen mag. Ich war wieder im Haus, meine Liebste. Ihr Duft durchströmt noch jetzt meine Nase. Oh, Potpourri-Düfte. Augen duft von Schrumpfköpfen. Der balsamische Wohlgeruch zerbrochener Seelen. Gut. Ja. Wow. Schaut ihr die Visage von der Nonne an? Ach, das ist wahrscheinlich das, was man... Ah, das ist wahrscheinlich genau... Das ist die Fratze, die man machen muss, ne? Ach, das ist wahrscheinlich der Gig, ne? Ich muss jetzt alles wissen. Von mir erfährst du nichts. Arrrr! Boah, alter Knacker ist schon mal richtig. Spielen sieht auch gut aus. Schild? Halt! Ah! Passt! Bitte nicht, Schwester Agnes! Nogi, tut es leid! Wer hatte die Zunge der Seekuh oder du bekommst dieses Gesicht wieder zu Gesicht? Es war Moose! Moose hatte ihn! Bitte lass mich in Ruhe! Ist das die Wahrheit? Ich sagte doch, ich kann mich nicht erinnern, Bruder. Es ist Jimbo, sein Sekretsammler. Das ist die Tong of Humanity. Oh, ja. Ja, das ist es. Ich ließ in den Magen des Großen zurück. Wie konnte ich das nur vergessen? Das wundert mich auch. Okay. Wie komm ich da jetzt da dran? Was weißt du sonst noch? Nichts! Zeig mir bloß nie wieder dieses Gesicht! Okay. Wir sprechen noch später. Für einen schlechten Gag. Hör auf damit! Ich hab dir alles gesagt, was ich weiß! Also gut. So. Wir sprechen noch später. Wir sprechen noch ein bisschen weiter. Okay. Die Zunge der Seekuh ist dein Sekretsammler? Ja. Es kann nicht fassen, dass ich Jimbo zurückließ. Toll. Wie auch immer. Bis später. Das heißt? Hallo! Seekuh. In Ordnung. Gutes Gespräch. Schön. Wie komm ich dir jetzt an das scheiß Bild? Aska Luna, du kommst gerade rechtzeitig. Super. Ich suche das beschissene Bild von Guybrush. Ich finde es nicht. Wie ist das denn? Ich könnte natürlich meinen Punkt googeln. Wahrscheinlich hilft mir auch nichts anderes übrig bleiben. Aber sonst, das haben wir auch gemüßt. Da steht, Besuche den heiligen Paarungsplatz der Riesenseekuh. Heimat von La Esbonja Grande. 200 Faden, keine Vermüllung. Decavas Schiff. Die Hauler Monkey. Sie ist vielleicht nicht das schnellste Schiff in der Karibik, aber so viel Galle wie sie hat noch keins gesehen. Tja. Sofern ich auch bis Sonntag Kiel geholt werden würde, ich glaube, Winslow sollte sich ausruhen. Du sollst auch nichts mehr wissen, oder was. Hey Mo! Dein metaphysisches Gerede verwirrt meinen Verstand. Wie komme ich nach Flotsam Island, ohne auf Flotsam Island zu sein? Ich sagte nur, dass du dorthin zurück musst, ohne die Insel zu betreten. Na dann, viel Glück dabei. Wir können auf jeden Fall noch mal, wo ihr gerade sowieso gerade im Chat sucht. Deswegen suche Guybrush-Bild. Falls ich immer gerade nach Hause kam. Ich kann ja mal eben kurz was mit der Sifu ausprobieren. Und dann ist die ganze Stelle auch umfassen, durch die Flotsam amazon. Und dann kann ich das gleiche01 gleich wiederholfen. Ach, dann komme ich wieder zurück. Ah. Super. Alles klar. Also muss ich jetzt nur das Bild suchen. Okay, gut. Das war... Da ist das Bild. Yes. Morgen wird ihn zurückhaben wollen. So. Äh. Äh. Jetzt zappelt doch, ne? Okay, das ist schon mal okay. Wow. Wow. Oh, was er jetzt hier das Ding? Ich baier. Die Zunge der Seekuh. Reiseausgabe. Gut. Das heißt, wir machen jetzt gerade irgendwie alles zwar kreuz und quer, aber es scheint zu passen. So, dann müssen wir jetzt wieder mit dem Auskauf. Ein Klaps genügt für dich. Ups. Okay. Wir haben Bild, wir haben dies. Gold, ne? Nun, das war ... Eigentlich möchte ich nicht darüber sprechen. So. Das haben wir. Ah. Aber immerhin ist kein Dead End. Das ist schon mal etwas. So. Das heißt, das Ding machen wir. So. Das heißt, wir machen jetzt mal eben das mit dem Bild. Das ist ein Bild, das morgen mir abluchste. Ich glaube, es wurde aufgenommen, als ich gerade das Dorf Kaflu von einer riesigen Gerölllawine rettete, während ich mit der Konstruktion des Entermessers befasst war. Oder stammt es von einem Fatumsplakat? Das schwer zu sagen. So. 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 so verkehrt. Okay. Oh, sie muss jetzt mit den Karten umspielen. Okay. Da ist ein Bild eines bruchstückhaften Wissenschaftlers drauf. Was war jetzt damit? Achso, Akteur. Darauf ist eine Frau zu sehen, die einen Flug beschwört. Ich sollte diese Karten wohl besser auf die Matte vor mir legen. Das Bild eines unglaublich attraktiven Abenteurers, der auf dem Weg irgendwo hin ist. Okay. Dann wollen wir mal. Was erzählen hier alles? Das Bild eines unglaublich attraktiven Abenteurers, der auf dem Weg irgendwo hin ist. Ich hoffe, es ist das, was ich denke und nicht das, was ich hoffe, dass es das nicht ist. Sieht vertraut aus, aber selbst der Finger im Wind hilft da nicht. Das ist eine Cocktail-Serviette mit den Worten Juju Mama und Sesame. Aha. Rätselhaft. Da ist ein Bild eines bruchstückhaften Wissenschaftlers drauf. Darauf ist eine Frau zu sehen, die einen Flug beschwört. So. Machen wir doch einfach mal Blödsinn. Kann man doch am besten. Ach, da ist eine Anleitung. Bedienungsanleitung. Ich hielt die Voodoo-Lady eigentlich nicht für vergesslich. Mal sehen. Für glühend heiße Voodoo-Action fülle die Steckplätze mit Tarot-Karten. Steckplatz 1, derjenige, der handelt. Steckplatz 2, die vorgenommene Handlung. Steckplatz 3, derjenige, der die Handlung erhält. Verhexe auf der Stelle. Wie das wohl funktioniert? Komm herein. Tritt ein in meine mystische Voodoo-Höhle. Achtung, dann hat sie den Geruch. Bonjour, mademoiselle. Ich bin hierher gereist von... Pardonnez-moi, ich kann mich nicht mehr erinnern. Machst du gerade eine experimentelle Pause von meiner... Von Threepwoods Hand? Qua? Woher wissen Sie das? Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Sie klingen... Wie sagt man bei Ihnen? Ein wenig bizarre. Ich fühle mich hübsch. Ich fühle mich... Hübsch. Das ist aber lecker. Ich gehe dann. Warte, da du schon mal da bist, möchte ich dich etwas fragen. Natürlich. Wie stehen die Chancen für einen Kerl wie dich, mit einem Mädchen wie mir? Gleich Null. Ich werde niemals meine Wissenschaft mit einem Haufen Dreck und einem Haufen Hühnerknochen kompromittieren. War's das? Hast du irgendwelche Geheimnisse, die du gern mit mir teilen würdest? Vielleicht das von Monkey Island? Meinen Sie etwa diesen bedeutungslosen Felsen inmitten von Lavafeldern? Nein. Aber wie ich hörte, ist die Tierwelt doch ziemlich unverschämt. War's das? Ich habe gehört, dass du die Sprache der Riesenseekühe sprichst. Und damit will ich nicht auf deinen albernen Akzent anspielen. Woher wissen Sie das? Ja, ich habe ein Buch, das Ihnen die Sprache dieser majestätischen Wesen lernen kann. Du hast nichts auf Band? Ich muss die Seekuh-Sprache lernen. Pronto. Ich sehe keine Veranlassung, das Ihnen zu geben. Sie werden das ohnehin nur mit Ihrem Voodoo-Okus-Pokus beschmutzen. Sie haben doch keinen Respekt für die Wissenschaft. Hör mal zu, du Stangenbrot-Liebhaber. Ich warme dich. Was wollen Sie? Sie können mir nichts anhaben. Doch, mit Sicherheit. Machi, bring mir das Buch über die Sprache der Seekühe, sonst erteile ich dir eine Lektion in Sachen Voodoo anhand des funktionalen Endresultats eines Fluchs. Sie amüsieren mich. Da muss ich herzlich lachen. Es wird keinen Fluch geben, weil ich nicht daran glaube. Genug. Ich muss jetzt gehen. Okay, also Karten basteln. Okay, also damit haben wir ihn gerufen. Genau, er hat damit die Reise gemacht zu uns. So. Was heißt, reisen wir jetzt zu ihm? Ist das der Gag? Ist das einfach der Trick? Wenn er nicht zu uns kommt, kommen wir zu ihm. Jetzt sind ja nur drei Karten. Kann man ja nicht wahnsinnig viel falsch machen. Oh, das ist der schrecklichste Rosenzieher, den ich je erlebt habe. Ach du dicke Eier. Ich kann fast meine Unterhose riechen. Nein, das ist nicht möglich. Das hätte sie mir niemals angetan. Vielleicht sollte ich ihr doch dieses blöde Sachbuch bringen. Nur für den Fall. Wer könnte das wohl sein? Es ist offen. Ich habe für sie das Sprach-Sachbuch, die sie gewünscht haben. Meine Gründe für diesen Schritt sind ohne Belang. Nehmen sie es. Ach, für mich? Danke, Mark. Leg es hier auf den Tisch. Und jetzt Tisch ab. Okay. So, war es das? Einfach wieder zurück oder kann ich Blödsinn machen? Ich mache ja gerne Blödsinn. Lernen Sie die zauberhafte Sprache der Riesenseekühe in zwölf einfachen Schritten. Zwölf einfache Schritte später. Wow, ich wusste nicht, dass Seekühe über ein so imposantes Vokabular verfügen. Aber das, was Asuka Luna auch gesagt hat, ich hätte gern vom Monkey Island so ein Tarot-Karten-Set, ich würde es mir kaufen. Ich hätte Bock drauf. So. Also. Jetzt muss sie zurück. Flüssig. Sie stimmt. Sie muss doch jetzt eine Reise tun, ne? wie war es moment Moment, 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 einmal nochmal, so, also, wir müssen von ihr, ist das nicht der Trick oder bin ich, bin ich doof? Ja, genau, wow, das war wie eine gewaltige, schnelle Fettabsaugung, nicht, dass ich so etwas jemals gemacht hätte, so, jetzt können wir noch mit der Seekuh sprechen, ne, das sollte doch, wir können ja jetzt Seekuh quatschen, mal gucken, das ist mir aber ein bisschen zu einfach, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich mal ein Buch machen, ach so, habe ich ja nicht, also, das ist die Reiseausgabe, ich werde wohl mit den darin enthaltenen Sätzen auskommen müssen, das wird nichts, ich fange am besten mit Höflichkeit an. Höflichkeit, zu Recht, wenn gilt in Gewohnheit, Hotel und Restaurants natürlich, Notfälle. Ich hätte gern ein Zimmer für drei Nächte, der Fernseher funktioniert nicht, verbinden Sie mich mit einem Zimmer-Service, das Essen war ausgezeichnet. Kein scharfes Essen bitte, ich bevorzuge es scharf und würzig. Kein scharfes Essen zählisch. um okay da war dann spielen wir jetzt das übernommen der bürger ich spreche das nicht weil wir haben ich möchte hier die Seekülle respektieren so, was können wir denn? Höflichkeitsrecht für Entgeltung, Gewohnheiten, Hotel, Restaurants Höflichkeit Hallo, ich freue mich, Sie kennenzulernen, kann ich Ihnen helfen? Tut mir leid, ich verstehe nicht, bitte wiederholen das so so Sie haben die Steuern schon eingerechnet, ich habe nichts zu verzollen das für meinen persönlichen medizinischen Bedarf Sie möchten wirklich nicht, dass ich meine Schuhe ausziehe findest du? Oh, irgendein Hotel und Restaurants Das ergab keinen Sinn Was soll der Gag denn? Das hätte besser laufen können Ja, aber ist das denn wieder ein Rätsel, was Sinn macht? So, komm, mach hin Das ist doch so Das ist doch eigentlich, das geht doch eigentlich, das ist der Öffnungssatz gar nicht, was fünf Versuche von dem Quatsch gebraucht ich bin, boah, jetzt haben wir noch Notfälle, eine Fonsi-Toilette bestimmt, boah, ist das schlecht, nicht meine beste Umwerbung Notfälle entführt, okay, gut, machen wir mal, ich finde, diese Art von Rätsel ist, äh, Mein Kerl scheint ziemlich sorgenfrei zu sein. Also das passt. Wie, das ergab keinen Sinn. Was soll der Scheiß denn? Ha, Frauen. Das ist ja schlimmer als Schwerkampfbeleidigungen, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das macht das Kapitel nicht geiler übrigens. Paarungsplatz ist, okay. Okay. Kennt den Weg zu meinem Herzen, okay. Okay. Okay, wir hoffen, ich noch einmal. Wenn ich das Herz gefressen habe. Ich glaube, die Seekühe sind Vegetarier. Ich weiß so gut wie nichts über diese Dinger. Okay. Das ist ja, wie sie ist. Hassan? Okay. 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 Es ist ein bisschen hassen. Beruflichkeit, okay. Okay. Eine masochistische Ader. Die Beruflichkeit bitte wiederhole. Ernsthaft? Da wäre ich nie drauf gekommen. Okay, auf jeden Fall immerhin, das haben wir schon mal durch. Ich bin gerade so widerlich dunkel draußen. Schon wieder gewittert, oder? So, toll. Das war's. Okay. Geht's ja jetzt weiter. Das ist der Superschwamm. Da ist er, der legendäre Esponja Grande. Ich habe Meere durchquert, eine Inselbelagerung überlebt, unzählige Feinde überwunden, sieben mehr oder weniger, eine Reise in den Gedärmen einer Seekuh unternommen und das Liebesleben von Meeresbewohnern angekurbelt. Und alles nur für diesen einen Moment. Oh, ich hätte ihn mir größer vorgestellt. Okay. Dafür der Power. Ist er jetzt geheilt? Wow, es funktioniert. Ich fühle mich schon viel besser. Zeit, bleib es, Esponja Pequeno zu Elaine zu bringen. Mo, ich hab ihn! Endlich haben wir ihn! Wir haben den alten Coronado so richtig schön hinters Licht geführt, nicht wahr? Jetzt muss ich nur noch zu ihr zurückkehren und... Ich wusste es! Hä? Nein, Dekawa, es ist nicht so, wie es aussieht. Sieh, sieh, dein hinterhältiger Schwamm und Frauendieb! Wir sind am Ende angekommen! Wirklich? Hör mir doch zu! Bug-Eye, ich dachte, du würdest nie wieder unter einem Tyrannen dienen. Angesichts der aktuellen Ereignisse hatte ich einen philosophischen Durchbruch. Aber was ist mit Moos und Nugi? Wo ist... Gentlemen, aus diesem Grund sollte man Stets Plan B parat haben. Wir wahrscheinlich auch. Was ist das hier jetzt für ein Turn? Okay. Auch das macht die Folge nicht besser. Wie lautet Plan B? Sehr lustig. Okay, aber auf jeden Fall ist schon mal ein Hinweis. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas mit dem Seil machen. Wenn ich doch nur das Seil erreichen könnte. Okay, das soll man ja wahrscheinlich bezahlen. Erreichst du das Seil, das deinen Käfig hält? Es ist zu weit weg! Okay, 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 okay. Ich bin voll bewaffnet, aber ich weiß... Ich bin voll bewaffnet, aber ich weiß... Okay. 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 Das ist wieder... Das ist wieder das Lustige. Wir machen das in der richtigen Reihenfolge, ne? Okay. Okay, jetzt kommt sie dran. Morgen! Morgen! Dann weißt du das Seil, das meinen Käfig hält? Nein. Aber ich wette, die Klinge von Dragotta kann das. Wow! Puh! Komm mit meinem Schwamm zurück! Sie werden den Schwamm niemals haben oder die Liebe meiner Lady! Bus, bring mir meinen Schatz. Klar doch, Boss. Ich glaube, Shantino hat ihn genommen. Was? Ach, stimmt. Hey, die haben den Schwamm vergessen. Mach eine Wende und rett das Schiff bei. Jawohl, Sir. Dann feuert auf meine Schätzchen, was die Kanonen hergeben. Hey, Morgan, die haben echt den Schwamm vergessen. Sie kommt zurück. Mach mal Skybrush. Das Wichtigste zuerst. Wie gut, dass wir einen Gummibaum haben, ne? Meine Aufgabe ist es, die Kanone abzufeuern und ihr den Schwamm rauszurücken. Garantiert nicht. Ja, wie beim letzten Mal auch. Schnell, holt eine weitere Kanone aus dem Laderaum herauf. Du kannst kein Boot versenken, das komplett aus Gummibäumen hergestellt wurde. Oh, daran hätte ich wirklich nicht denken sollen. Okay, der war gut. Okay, wahrscheinlich der Gag nochmal. Dann können wir was mit der Kanone machen. Ist das nicht klar. Eine weitere Kanone, rapidamente. Okay. Okay. Wahrscheinlich, wenn ich das baller, dann kommt die Seekruh, ne? Tut mir leid, Kleiner. Er feuert jetzt mit Müll, Sir. Ich hoffe, du hast noch Hunger, Junge. Hat er bestimmt. Ja. Alles klar. Alles verstanden. Aber Guybrush wird, glaube ich, in diesem Gegend, glaube ich, von allen verraten. Seekruh! 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 Wenn ich so darüber nachdenke, den Siebpferdchenkopf die ganze Zeit in meiner Tasche zu lassen, als ich unter Wasser war, war wohl nicht die sicherste Vorgehensweise. Völlig egal. Wie geht's weiter? Gut gespielt, Freewood. Und ich musste nicht einen einzigen von ihnen vermöbeln. Ja, du lässt halt eine Seekuh die Drecksarbeit für dich erledigen. Hey, schau dir das an. Halten Sie sich etwa an den Händen? An den Flossen. Aber ja. Ach, was eine pure Romantik. So, komm, Sonnenuntergang. So. Plot Twist. Natürlich der Turn. Ist klar. Das war's. Okay, das war... Hallo, Murray. Ähm... Okay, auf jeden Fall labert er jetzt, oder was? Dan Connors? Hahaha, deine Frisur ist schlimmer als meine. Das sind mal ganz witzig. Eric Parsons. Keiner rausgeputzt und keine Ahnung wohin. Aber es ist vorbei. Crushman. Der Kerl schon wieder? Ja, der ist öfter da. Animation? Ich brauche keine Animation. Ich lebe! Wie viele Idioten braucht man eigentlich, um sowas zu machen? 99 Schädel, glaube ich. Aber... Ah, Joe Pinney. Der Mann, der mir alles beigebracht hat, was ich weiß. Alles, was ich über das Böse weiß. Hahaha. Die Tester. Die sitzen in einem dunklen Raum mit Lavalampen und denken, es sei der Himmel. Ton? Das will ich nicht hören. Damien. Bist du wirklich ein Holzfäller oder magst du einfach karierte Hemden? Marketing? Hahaha. Ich verkaufe mich selbst. Jake, erzähle es jemandem, den es interessiert. Hört das denn nie auf? Ne, das ist länger. Da kommen gleich noch die Sprecher. Oh, die Spieletester. All die Pizza und keine Ahnung, was für Fleisch drauf war. Puh? Das ist eine dreckige Lüge. Das ist meine eigene Stimme. Kevin Brunner. Er ist schon ewig hier. Hau ab, alter Mann. Randy Tudor. Ich werde dich umlegen. Hahaha. Das ist bis jetzt der beste Abspann, natürlich. Oh, als hätten die ganzen Leute etwas damit zu tun. Murray würde mich mögen. Wir teilen uns immerhin eine Gehirnzelle. Langweilig. Und ich habe auch so eine hohle Stirn übrigens. Falls das Ding jemand interessiert. Ist ja ein sexy Skull. Haha. Fällt da wieder in den Sack. Genau mit das brennende Gesicht der Hölle. Hahaha. Letztendlich beherrsche ich allein die Schnittstelle. Ich habe die Kontrolle übernommen. Und keiner wird ja... Auf jeden Fall bis jetzt der beste Abspann. Vielleicht von dem schlechtesten Kapitel, aber der beste Abspann. Ach, es geht noch weiter. Äh, jetzt fühle ich mich kerngesund, Kapitän. So erholt wie in meinen Tagen als Umkleidejunge in Borneo. Kapitän? Oh, yeah. Ach, Morgan. Der hat doch nichts getan. Der hat doch nur seinen Job gemacht, Mensch. Wo sind wir denn hier für Leute, die einfach nur ihren Job machen? Ist doch klar, dass die alle stinkig sind. Wir sind durch. Wir sind durch. So, jetzt kommt... Das haben alle gesagt. Auch alle, die im Chat sind. Kapitel 4 wird das Beste. Und das kann ich sagen. Das geht schnellstmöglich weiter. Wir haben es durch. Wir haben es durch. Wir haben auch diesen Albtraum durch. Drei von fünf. Noch zwei. Das Ende naht. Und das Geheimnis von Monkey Island wird endlich gelüftet. Glaube ich jedenfalls. Wir sehen uns. Bis in Kapitel 4. Ist ja unglaublich. Es war ja... Wir sind ja noch nicht mal... Das ist ja noch nicht mal 90 Minuten. Das ist ja sensationell. Was ich allerdings mache... Das sehen gleich die Leute auf YouTube später. Die in Twitch kriegen jetzt noch was. Aber das kriegt ihr dann noch. So, jetzt bin ich aber raus. Und macht keinen Blödsinn. Ich mache es sowieso. So, bis dann. Und nach dem Lauf. Und nach dem Lauf. Ich mach dich schon sehr gut.